Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge, äh, jetzt habe ich keinen Namen vergessen, Asbestodilo, genau das war der Name, äh, mit mir dieses Mal auf der Botlane und zwar als Support, das ist ein bisschen peinlich, weil Support kann ich überhaupt nicht und dem Shark auf der Toplane wieder mal als Crave, weil er kann ja sonst nichts anderes spielen, es ist, äh, du kannst doch auch die Leute begrüßen, komm, komm. Ja, hallo, ich begrüße mal die Leute als Craves auf der Toplane, dass er sonst nichts anderes spielen kann. Ja, du hast wenigstens das Skin. So, ich shoote die gleich, komm, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, ja, ich kriege viel, ja, da haben wir irgendwie Rekus rein, das läuft. Oh, scheiße. Hallo, was machst du denn? Oh, keine Sums, weil es kann. But, no, Sums, weil sie denken, die Karma auch, äh, ne, die Cyber-Nerdie, die sieht man so selten, die kann das bestimmt nicht spielen, Pustekuchen. Beides Sums, geforscht. Ja, da ist die Lux vorbaut. So, Caitlyn baute so endlich mal ihre Fallen auf nach neun Minuten. Er hat jetzt zum ersten Mal die Fallen gelevelt, auch nicht schlecht. Das ist überhaupt nicht wichtig. Komm, ich stun sie, ich stun sie, ich stun sie, ich stun sie, ich flashstun, flashstun, flashstun. Und dann sieg. Äh, Shaco kommt hoch, ne? Shaco kommt hoch. Ja, ich, ich konnte nicht, ich konnte. Shaco kommt hoch. Alter, Shaco kommt, ich ping dich. Shaco kommt hoch. Wenn du jetzt stirbst, ich, ahne dich. Ich als, äh, Sarah Maiden, kenne mich da natürlich aus. Ich genauso. Oh, alter, was macht der, was macht der Shaco nur da? Trotzdem ist er ein Level, äh, 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 äh. Also immer, wenn wir einen Flood haben, macht der Scheiße. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hätte jetzt fast gerade, why not going in? Und dann schreibt er, why not going in? Der Flash war natürlich predicted. Das war alles geplant. So funktioniert das mit dem Flood. Ja. Mach doch die Ult! Kate hat kein Mana mehr für die Ult. Ich fass es nicht. Oh Gott, der Flash. Was hab ich mir denn dabei gedacht? So bad out of position. Chill, bro. No, oh, jetzt, jetzt haben wir einen, jetzt haben wir einen. Der Rage King. It's not your lane, you free feed. Freed? Free, freed? Hä? Das Problem ist, wenn du die ganze Zeit Mitte spielst und Top spielst, dann hast du einfach immer das Bedürfnis reinzugehen, deine Skills zu benutzen und Schaden zu machen. Das Problem ist, ich merke dann immer, wenn ich alle Skills raushaue, hm, ich mache überhaupt keinen Schaden. Ich mache einfach irgendwo mein Sweep an. Enemy Killing Spree. Lux OP. 3, 2, 3, 1. Oh Gott. Oh Gott, ich bin schade. Oh, oh, meine Pflanzen. Oh, jetzt, jetzt. Flat. Play Defensive. Ähm. Wir haben unseren Strategen im Team gefunden. Your use of Caps Lock gives me AIDS. It's just that Naps understand it. Wow. Also, hey. Wladimir Spieler sind entweder richtig, richtig beschissen. Oder auch noch mad. Oder beides. Das Problem ist ja, die Leute, die sagen immer, hey, Supporter Feede doch nicht. Aber ich bereite ja Kills vor. Ist ja kein Feeden. Ist ja praktisch. Fällt mir doch irgendeine Ausflucht. Ne, mir fällt keine Ausflucht mehr. Wahrscheinlich nicht. Ne, ist einfach so, wie es ist. Crave. Er nennt dich gar nicht mehr Craves. Er nennt dich Crave. Ich bin gar nicht mehr wert. Weil du nie. Er nennt dich Crave, weil du nur tot bist. Scrap. Er macht ein Wutschspiel. Clever. Oh, nice, nice. Das ist der nächste Sieg. Eve 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 Was, was will ich dazu noch sagen? Nichts will ich dazu sagen. Interschreibst du sorry. Ne, feedet ihr ruhig rein. Weil eine gefeederte Eve ist einfach gefeedet. Oh, Alter, was ist denn das für eine Saira? Ich hab ein Lag. Ich hab ein Mega-Lag. Oh, attempting to reconnect. Hörst du mich noch? Hörst du mich noch? Warum hört mich denn keiner? Und wie hast du das geschafft? Keine Ahnung, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. So, die sind jetzt beim Baron. Ich, die Saira macht das Ding. Einfach mal so 20 Minuten zu 10 Minuten zu fehlen, das tut dem Spiel auf jeden Fall gut. Was der liebe Herr Wladimir gesagt hat, ist, ähm, dass es besser ist, dass du weg bist, weil du eh so schlecht gespielt hast. Hahaha. Hahaha. Ich will nur noch Farben. Hahaha. Also, also ist Catelyn jetzt raged. Oh Mann, ey. Hahaha. Geil. Geil. Also, das läuft auf jeden Fall. Jetzt kommt meine Ult. Jetzt kommt meine Ult. Jetzt kommt meine Ult. Ich bin sofort tot. Scheiße. Aber ich fand's gut. Ich fand's okay. Doch, du hast dickes. Vielleicht ja auch. Was dickes. Nee, nee, nee. Du hast dick geschnitten. Guys. Achtung. Achtung. Prepared. Ich bin wirklich tanky. Ja. Ja. Flut. Du hast alles richtig gemacht. If they full focus me go in. Der ziehe bei. So. Cool. Äh, Flut. Bravo. Tanky as fuck, würde ich mal sagen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ohohohohohoho. Das ist der Kilo. Nicht schlecht. Diese Placements sind das Schlimmste, was ich je in League erlebt habe. Es geht alles schief, ich willkommen in DC, aber trotzdem danke fürs mitmachen, bravo, bravo, wir waren einfach super. Aber warum? Spiel ich nur so schalte, damit du mit mitspielst. Ich werde jetzt auf dieses Verlierenbild, Verlorenbild, Defeatbild, Entschuldigung, auf Englisch schauen und mir sagen, ich gehe jetzt runter zu meinem indischen Mitbewohner in diesem Wohnheim, Strakt, und werde ihm seine komische Fritzbox um die Ohren hauen, die er wieder eingesteckt hat, hausprozentig, um WLAN zu haben. Der kriegt jetzt richtig eine draufgezogen. Das darf man wohl nicht. Nee, dann geht das Netz überall aus. Ich bedanke mich trotzdem bei den ganzen Damen und Herren vor den Monitoren zu Hause fürs Zuschauen. Schack hat Scheiße gebaut, ich war der Beste, wie immer, bis zum nächsten Mal.